Gibt es also seit 20 Jahren? Alan meint es, es gibt Gruppen von heute, die auch in 20 Jahren dabei sein werden. Do you think there are groups around today who are going to be able to celebrate a 20-year Jubilee? Oh yeah, I'm sure there are, you know, because the music is just as good as it was, I'd say, 20 years ago. Music is fantastic today, and I'm sure it's going to last just a lot longer. It's going to be fantastic. Also, klingt sehr positiv, was Alan sagt. Er meint, es wird auf jeden Fall Gruppen in 20 Jahren geben, die es heute auch schon gibt. Er meint, die Musik hat sich nicht sehr viel verändert, es ist genauso gut heute, wie es damals war. You really believe the music is as good as it was then? Du glaubst wirklich, dass es heute genauso gut ist wie damals? There's always been music, there always will be music, in one shape or form. But rock'n'roll is going to be around for a long time. Musik gab es immer, Musik wird es immer geben, rock'n'roll auf jeden Fall. So mein Alan, vielleicht kann ich rüber zu Tony gehen. Thanks a lot, Alan. Will you hear from me just a minute? Thanks, Alan. Tony, du bist nicht der Einzige von dieser Gruppe, die seit 20 Jahren Musik macht. Es gibt aber anderen Gruppen, die schon so lange zusammen waren. I mean, there are other bands around. We talked before about the Rolling Stones. They've been together for 20 years. So what do you think about the Rolling Stones? I think they're sounding better now than they did 20 years ago. Also der ist der Mann, the Rolling Stones klingen heute noch besser als damals, vor 20 Jahren. What about the Hollies? Wie sieht's aus bei the Hollies? They're sounding pretty good for old-timers. Nicht schlecht, meinte. Das werden wir jetzt hören. The Hollies. Und los geht's mit was Altes, danach was Neues. The Hollies! The Hollies! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020